Mit viel Musik der Schulband, einem Theaterstück und vielen Reden feierte die Oberschule Wievielstädte am Donnerstagabend ihre diesjährige Abschlussfeier, bei der 114 Schülerinnen und Schüler ihre Abschlusszeugnisse erhielten. Der Wahlpflichtkursus darstellende Spiel brachte unter der Regie von Konrektor Eckart Klages, frei nach dem Stück, Lysistrata, eine regionalere Version auf die Bühne, bei der sich Frauen aus den Gemeinden Rastädte und Wievielstädte ihren Männern so lange verweigern wollen, bis diese den schon lange währenden Krieg untereinander endlich beenden. Mit viel Witz bekamen dabei vor allem die Männer ihr Fett weg. Die Schulband unterhielt die Besucher mit zahlreichen Liedern.